Was willst du eigentlich bei Mongolia's Got Talent singen? Hi. Okay, wie ist dein Name? Ja, das ist der Amra. Ich habe mir gedacht, ich singe dort, ich singe da dann aus Gold. Ich bin der Meinung, dass wir erst einen Stopp für die Minen brauchen, die eigentlich nur Bodenproben nehmen dürfen. Hier sehe ich die größten Chancen. Was meint ihr? Papa, was habe ich mit eurem Streit zu tun? Sie ziehen das Gold aus dem Land und sind wieder weg. Das Land, unser Land, ist unsere Lebensgrundlage. Aber auch immer mehr von uns beuten unser Land aus. Wo ist mein Sohn? Ich singe ihn wieder. Du bist nicht schuld dran, Amra. Das war einfach unser Schicksal. Wieso hast du dieses Lied für uns ausgewählt? Mein Vater hat das Lied immer mit mir gesungen. Und wenn ich das singe, dann singe ich das für ihn. Was lieb., immer noch wenn ich das schir expecten. Wenn du auch da bist, dann inRArea durch...